Wenn du etwas erreichen möchtest, musst du dich voll hineingehen. Mich macht es stolz, dass wir in der Schweiz noch junge Leute haben, die etwas mitmachen, in dem man kein Geld verdienen kann und ein Stolz dahinter ist. Daran habe ich enorm Freude, dass wir so in unserer Berufsgattung immer wieder junge Leute finden, die mitmachen wollen. Die Sachen, die ich von diesem Wettkampf mitnehme, sind sicher das, was man in den Trainings gelernt hat. Das ist hier am Wettkampf eine ganz andere Art von Zeitdruck als im normalen Arbeitsalltag. Es ist einfach eine riesige Erfahrung. Mental bringt es die Norm weiter und auch fachlich bist du sehr gut unterwegs, wenn du das gemacht hast. Am besten empfehlen würde ich es für die LAP, denn für die LAP kannst du unglaublich viel mitnehmen. Das Gefühl ist grossartig. Anfangswoche habe ich nicht damit gerechnet, dass es so weit reicht. Das ist unbeschreiblich. Ich bin weiter motiviert und die Freude ist gross. Das war auch so.